So, herzlich willkommen Leute! Ja, damit begrüße ich euch ganz herzlich wieder zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ich packe vielleicht was aus. Und zwar möchte ich euch aber vorher nochmal meinen Hintergrund zeigen. Da ist mein selbstgemachtes Schild, also ist noch in der Arbeit. Und hier haben wir mein Originalschild. Was aber natürlich jetzt hier vielleicht verwenden und mal gucken. Ich wollte es aber unbedingt irgendwie nochmal basteln. Das war halt irgendwie so ein Gag. Und es ist immer noch, ne? Und einige wissen auch wieso. Dann haben wir da noch meinen kleinen Blüschling. Den wollte ich einfach mal hinsetzen. Da ist er. Hallo! Und hier haben wir meine neue Bestellung, die heute ankam. Sehr schön. Von Amazon. Gut, dann gucken wir mal was da drin ist. Ihr könnt es bestimmt euch schon denken. Ich habe hier zwar kein Katermesser dabei, aber... Ja, ja. Wir nehmen auch die Rosemschere. Machen wir einmal hier einen Schnitt. Ähm. Halt. Ja, einen. Na ja. Haben sie sehr schön zugemacht, aber... war für den Zusicher. Ist aber richtig so. Da ist nämlich was wertvolles drin. Für mich zumindest wertvolles. Ich wollte es unbedingt haben. Äh. So. Was ist denn hier? Äh. So viel. Weg hier. Naja. Haben sie sehr schön gemacht. Äh. So, mein Party ist auch gerade draußen. Es tut mir leid. Zeit. Ich mach mal einen kurzen Stopp. Ich bin gleich wieder da. So. Da sind wir wieder. Ja. Ich musste es ihm leider sagen. Äh. Manche kapieren es halt immer noch nicht. Aber egal. So. Dann haben wir jetzt hier. Mal. Mal abmachen. So. Irgendwo muss es hier auch aufgehen. Ja. Da geht es auf. Ähm. Wie soll ich es euch jetzt mal zeigen? Sagen wir mal so. Hier ist die bisschen Verpackung. Ich zeige es euch mal so. Ich muss jetzt hier nur irgendwie. Ach so. Auf der anderen Seite noch. Wartet mal. Da 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 da. Ja ja. Verpackungen müssen auch irgendwie einzigartig aufgemacht werden. Äh. Manche Verpackungen sind leicht aufzumachen. Manche sind wirklich echt kompliziert. So. Aha. Gut. Da kommt es schon entgegen. Ich habe also die falsche Richtung aufgemacht. So. Aber gut. Soll jetzt nicht schlimm sein. Wollen wir es halt nochmal in eine andere Richtung. So. Aber ich möchte halt nicht mit der Spitze rausziehen. Also es ist nicht gerade stabil. Aber. Die Verpackung gefällt mir. Die könnte ich gut benutzen. Wenn ich das wieder transportieren sollte. Mhm. So. Das müsste man erst nochmal hier. Ah. Oh Mensch. Was haben denn die hier zugeklebt? Ich meine das ist ja schön zugeklebt. Aber. Wartet mal kurz. Also ich. Muss das jetzt hier aufmachen? What the fuck. Hier. Ich meine. Wie. Wie. Wie fest will man das denn noch zu machen? Oh. Sehr schön gemacht. Aber. Weil zu fest. Egal. Oh. 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 Tobi. Sei nicht so brutal. Auch wenn du es kannst. Äh. Ja. So. Was haben wir denn hier? Verdammte Kacke. Ne. Lass mal das hier aufmachen. He he. He he. He he. He he. Siehste. Wie ist das? Das ist schon ein Klebestreifen. Lieber und auch. Ja. Oh man. Haben die vier Klebestreifen benutzt. So. 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 Bin da so mal unten weg. Jetzt geht das mal unten weg. Ja, wie soll ich das jetzt auspacken? Wie soll ich das jetzt auspacken? Haben Sie sich das überlegt? Warte mal. Okay. Leute, ich hab es. Da ist es. Oh, ich sehe gerade so unscharf, die Kamera. Mich kotzt das an. Okay, ich fahr mal ein bisschen näher. So, das ist es. Seht es euch an. Das Master Schwert. In der weicheren Stabilitionsausgabe nur für Cosplay ist gesagt gemacht. Gefällt mir sehr. Sieht auch sehr schön aus. Fällt sich auch sehr schön an. Ist nicht so leicht kaputt machbar. Also das ist richtig schön. Auch das Design gefällt mir sehr gut. Und in der Hand halt das mal. Liegt das auch sehr schön. Oh, ja. Oh, ja. Und sogar. Das ist super. Boah. Das ist leicht, ja. Das ist nicht schwer. Und sieht auch sehr elegant aus, muss ich mal sagen. Also gefällt mir sehr gut. Das ist ein kauf, fehlen uns kaufwert. Also es ist so wie, es ist weicher Schaumstoff, sagen wir mal so hier. Und hier haben wir das Trifos Zeichen, Symbol, hier haben wir das Zeichen. Und hier haben wir das Zeichen, hier haben wir das Zeichen, hier haben wir das Zeichen. abgeblischt ist das muss man wirklich mal nicht so schön sagen aber halt für cosplay reicht das im endeffekt aber es sieht schon nice aus und dicke ist es natürlich ein bisschen dicker als meine normale scheide also reinpassen tut es nicht aber das wollte ich halt wissen da haben sie mir gesagt 18 cm haben davon knallt das ist nicht 18 cm 18 mm vielleicht ja aber das wird immer ein bisschen schmaler also schlecht sieht nicht aus fest sich auch anders an nicht schlecht ok das war es schreibt eure meinung mal unten hin ich tue es jetzt mal hier so dazwischen so ok ja schreibt eure meinung da ist mein neues schwer obwohl ich natürlich schon ins habe aber wie gesagt das hier werde ich halt benutzen und das auch und das muss ich halt noch mal gucken wie ich das jetzt hier verfeinere ob ich da noch mal ein lachspray drauf machen dass es richtig schön blau glänzt und ja oder ich mache natürlich noch mal mehrere lagen blau drauf malen aber wie gesagt hier dazu werde ich natürlich heute basteln dann halt noch den gut und dann haben wir eigentlich im endeffekt das noch mal alles selbst gemacht und gehen dieses risiko halt aus dem weg auch wenn das natürlich schöner aussieht und ja ok das war's ich hoffe ihr hattet sehr viel spaß wenn ihr noch weitere sachen dazu wissen wollt ich bin gerne zur verfügung schreibt mich einfach per facebook per youtube pn oder per skype oder per sms was will ich nicht aber was weiß ich nicht sonst alles an also was es noch gibt ja twitter gibt es sogar noch ja genau google plus können mich noch anschreiben und ja das war's erstmal ich habe jetzt sehr viel spaß wir sehen uns beim nächsten video und bis dann und tschüss